Ich bin ganz klar zu Borussia Dortmund bekannt und habe gesagt, hier bin ich zu Hause, hier fühle ich mich wohl, hier ballern wir auf jede Menge Tore. Er ist der schnellste Spieler, den ich jemals gehabt habe. Schön, dass du bei uns bist. Herzlich willkommen, unser Spieler mit der Nummer 17, Jemann Olliha. Und sollte Obermann nicht treffen, ist der immer zur Schnelle gewesen und hat gezeigt, dass er Tore schießen kann, auch in den Vorbereitungsspielen wieder. Schön, dass du hier bist. Und für Nummer 20, Adrian Ramus. Vielen Dank.